Gestern war Wahl, doch haben scheinbar viele Deutsche die Wahl schlichtweg verschwunden. Der Wahlkampf war nach Einschätzung der Demoskopen schlichtweg zu langweilig, die Kandidaten kaum zu unterscheiden. Angela Merkel hat die Meisterzeit im Urlaub verbracht, von den Plakasmotiven ganz beschweigt. Ich glaube, ich bin schon beim TV-DL eingenickt, aber ist auch egal, ich wusste eh nicht, wie ich wählen soll. Die Lobbyisten in Berlin sind in Feierlaune. Einen wunderschönen Sonntag, liebe Leute. Heute ist der 24.9.2017. Heute wird gewählt. Ich verschlafe lieber nicht. Ich wähle Demokratienbewegung. Politik darf nicht stillstehen. Wir brauchen Fantasien, neue Ideen, Utopien, Transparenz und mehr Mitbestimmung. Wir brauchen Demokratie in Bewegung.